Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Steam Level 100 und diesmal in der Folge werden wir uns als kleines Ziel setzen Level 70 zu kommen. Das wäre schon nice. Jo, dann gehen wir direkt zu den Budgets. Ich habe wieder zwei, drei kleine Spielchen vorbereitet, um richtig zu sein, drei. Das waren die drei hier. Diese Karten habe ich hier übrigens bekommen, als ich das letzte Mal ein kleines Boosterpack geöffnet habe, das ich aber leider nicht aufgenommen habe und dabei habe ich hier eine Premium Pool Glanzkarte bekommen, die fünf Euro oder noch mehr wert ist. Also werden wir gleich in der Folge nochmal ein Boosterpack öffnen. Aber zunächst werden wir hier erstmal die drei Spiele. Zuerst Anodyne zu Level 5 upgraden. Einer hat mal in den Kuvertagen gefragt, wie das eigentlich geht, wie man mehrere Karten kaufen kann, weil in dem Kaufmenü wird ja standardmäßig immer nur eine als Muster gegeben, sozusagen. Da muss man wie gesagt, statt wo die eins steht, einfach eine 5 einschreiben und dann kann man sich die fünf Karten gleichzeitig kaufen, anstatt immer zu warten und fünf Mal auf Kaufen zu drücken. Ist ja auch nicht so nice. Und ja, auf jeden Fall müssen wir gleich auch schon Level 68 sein. Und wenn ich nicht schlecht gerechnet haben sollte, sollen wir in dieser Folge auch Level 70 kommen, was auch fresh wäre. So, James und wir haben schonmal hier Level 68. Und dann müssen wir heute Level 70 kommen, was übrigens nice ist. Ich nehme gerade die Folge auf, nachdem, heute Sonntag, am Donnerstag war das Halbfinale von Deutschland. Wir hatten auch natürlich traurig, dass Deutschland rausgeflogen ist im Halbfinale. Frankreich ein sehr, sehr starker Gegner. Ich hätte mir natürlich etwas andere Spiele von Deutschland erwartet. Aber was kann man machen, wenn gute Flüssenspieler nicht spielen können? Zum Beispiel Hummels, der gelb gesperrt war, oder andere Leute wie Khedira oder Khedira und Gomez verletzt war. Aber dagegen kann man jetzt nichts mehr machen. Und ja, dann machen wir mal hier das nächste Spiel. Das heißt Space Run. Ja, das heißt Space Run. Und ja, sehr, sehr schade. Natürlich im Finale bin ich jetzt auf jeden Fall für Portugal gegen Frankreich. Das ist der Finale. Und da bin ich natürlich für Frankreich. Genau, ich wollte nicht Portugal sagen, sondern ich wollte erst mal sagen, wer gegen wen spielt. Denn ich bin im Finale für Frankreich, für den Gastgeber. Ähm, weil die es, finde ich, einfach verdient haben. Weil Portugal hat sich eher so durchgemogelt. Ja, das Halbfinale war jetzt so das stärkste Spiel, was sie bis jetzt gespielt hatten. Aber durch die ganze EM habe ich die jetzt nicht so wirklich stark angesehen oder als starken Favoriten angesehen fürs Finale. Da ist Frankreich auf jeden Fall berechtigt. Aber es kann natürlich alles passieren. Ich bin, wie gesagt, wenn ihr es wissen wollt, für Frankreich. Und es wäre auch sehr, sehr verdient, wenn sie europaweise wären. Schade, dass natürlich deutscher rausgeflogen ist. Aber da kann man nichts mehr machen. Anspielung Platz 3 wird es ja auch nicht mehr geben. Und wir sind Level 69. Wir kommen. Neues. Und wir werden, glaube ich, nicht Level 70 kommen. RIP. Rest in Pits. Rest in Pits. Oder vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren. Ich weiß es auf jeden Fall. Ich glaube, von den Sammelkarten hat sich mir letztes Mal nur drei oder vier Stück geholt. Da weiß ich nicht, ob wir hier auf Level 4 oder 5 kommen. Ich glaube, wir kommen hier nur bis Level 3. Power Hero. Und ab jetzt haben wir, glaube ich, keine Karten mehr. Doch. Wir haben sogar noch eine. Nice. Ich glaube, für Level 5 reicht das nicht mehr oder? Oder vielleicht doch? Oder vielleicht doch? Nope. Auch mit 17 Cent kann man, glaube ich, diese Karten nicht mehr kaufen. Vielleicht drei Stück von denen. Schade. Schade, 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 schade. Wir sind leider nicht Level 70 gekommen in der Folge. Aber dafür Level 69. Dafür, Leute, können wir uns aber noch einen Boosterpack herstellen. Und zwar klickt ihr einfach, wie gesagt, wenn ihr auf Abzeichen seid, einfach auf Boosterpack Herstellung. Dafür braucht ihr natürlich Edelsteine. Wie bekommt ihr die Edelsteine? Ihr geht einmal auf Inventar. Und dann, wenn eure, wenn eure Dinger, zum Beispiel hier die neue Karten, irgendwas, könnt ihr alles mögliche machen. Steht hier ein kleiner Button. In Edelsteine umwandeln. Und hier steht auch der Wert des Gegenstands. Und wie viele Gems ihr rausbekommt. Es gibt verschiedene Spiele. Da könnt ihr verschieden viele Gems oder Boosterpacks herstellen. Zum Beispiel bei Premium Pool sind es 1000. Bei Eurotruck kann ich mal kurz nachgucken, wie viele es da wären. Und zwar gehe ich wieder zu Abzeichen. Und dann gehe ich zur Boosterpack Herstellung. Und hier seht ihr schon vorgeschlagen, dass solche ETS kostet 857, Premium Pool 1000, CSGO 1200 und alles so mögliche. Und ich werde hier, da es am besten ist, Premium Pool Sammelkarten zu holen, werde ich mir hier Premium Pool holen. Wenn das noch geht. Ja, es geht. Und ich werde es einmal herstellen, weil ich ja über 1000 Gems habe. Und ich hoffe, wir bekommen eine Sammelkarte. Eine Glanzsammelkarte, das wäre so nice. Und? Haben wir eine bekommen, Leute? Nein. Wir haben leider keine bekommen. RIP. RIP, 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 RIP. Aber dafür für den Abzeichen haben wir, glaube ich, sogar noch 2 dazubekommen. Ja, jetzt fehlen uns nur noch 2 Stück. Dann könnten wir die sogar theoretisch abhochtraden zu Level 1. Aber ich sehe darin jetzt nicht so den großen, ja, Aufwand, weil diese Sammelkarten, kann ich euch mal gleich zeigen, wie viel die wert sind. Also die sind schon ein bisschen was wert, auf jeden Fall. Ähm, ich kann mal hier sortieren nach Filter. Dann Spiel, ähm, Premium Pool. Dann kann ich euch sagen, die Premium, äh, die Glanzkarte ist gerade 4,95 Euro. Die normale hier ist 67, 47 Cent, 35 Cent, 10 Cent, 34 Cent und 35 Cent. Also die sind nicht wenig wert, die Sammelkarten. Vielleicht kann ich den ein oder anderen Trader mal erwischen, der mit mir die Karten tradet. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, das war's von dem Video von heute. Ich denke mal, euch ist auch schon aufgefallen, hier, mein neues Profilbild hier. Ich werde es auch überall nochmal verlinken. Ich werde auch gleich nochmal ein Video hochladen, was aber schon deutlich früher rauskommt, als dieses hier. Wo ich so ein bisschen meine neue Overlays und so alles vorstellen werde, von meinem neuen Designer. Und ja, würde ich sagen, was ist meine Folge heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.